Guten Tag, liebe Zuschauer. Es soll uns heute um die Frage gehen, wenn ich einen Anhörungsbogen bekomme, mir eine Verkehrsordnungswidrigkeit vorgeworfen wird, wie reagiere ich? Zunächst der ganz, ganz wichtige Hinweis, dass niemand verpflichtet ist, den Anhörungsbogen auszufüllen und zurückzuschicken. Das ist weithin nicht bekannt. Niemand muss sich selber belasten und deswegen rate ich auch zwingend davon ab, eine Stellungnahme zum Tatvorwurf abzugeben. Was man tun muss, ist die Anschrift korrigieren oder die persönlichen Daten, wenn sie falsch sein sollten. Die Tatsache, dass der Anhörungsbogen sie erreicht hat, zeigt allerdings, dass die Angaben wohl richtig waren. Also nicht zurückschicken. Was dann als nächstes passiert, zeige ich Ihnen in unserem nächsten Video.